halli hallo schön dass du da bist ich freue mich dich wieder zu sehen ich war jetzt natürlich nicht wer mir hier zuschaut aber nichtsdestotrotz du bist da und ich freue mich herzlich willkommen zu einer neuen legung lassen wir gucken was hier so los ist und was die geistige welt jetzt hier so für energien parat hat die im kollektiv gerade so umher schwirren du weißt ja das ist eine allgemeine legung schau daher bitte ob das ganze hier überhaupt auf dich passend und stimmig ist zweitens trägerwarnung ist möglich mach es dir bitte bewusst und drittens zeigt sich dein gegenüber kann es sein dass die rollen hier einmal komplett vertauscht sind heißt dass du dich im gegenüberliegenden part wieder findest okay dann lass uns mal ja da haben wir ihn wieder der mystische schamane ok wow was ist so eine schöne karte und wir haben hier die 24 nach einem blendermann ist es auch das herz wie schön 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 wow und das ist toll etwas das hier momentan mit dem mystischen schamanen haben wir hier noch eine angelegenheit die im verborgenen liegt ja hier ist etwas noch nicht so ganz sichtbar greifbar ja hier soll aber etwas sichtbar und greifbar werden wenn wir hier die karte des heiligen berges haben dann geht es darum ein überblick zu bekommen über eine ganz bestimmte situation in der du nicht klar sehen kannst nicht klar erkennen kannst fühlen kannst einfach fuß fassen kannst und nun geht es darum hier auf die spitze des berges zu kommen guck mal da oben sitzt du drauf siehst du das das bist du hier und hinter dir guck dir mal an wie gewaltig diese sonne ist also eine angelegenheit die dir jetzt noch momentan sehr sehr unbekannt unbequem ist vielleicht auch ja die dich die kennst du irgendwie nicht ja das ist irgendwie so geheimnisvoll ist es einfach mystisch ist es du kennst es einfach nicht ja und vielleicht tust du dich dadurch in dieser situation noch sehr sehr schwer dann geht es jetzt darum und dass du hier auf der spitze des berges angekommen bist und eine erleuchtung bekommst der den überblick über eine situation die für dich hier momentan einfach noch im dunklen liegt ja und jetzt geht es darum dass du durch diese dunkle ich will nicht sagen dunkle angelegenheit ich glaube so negativ ist das ganze hier gar nicht ausgelegt schon gar nicht mit dem herz des himmels dazu sage ich auch gleich noch was jetzt geht es erst einmal nur darum dass du hier die ersten schritte versucht hast aus dieser mystischen angelegenheit zu entkommen um hier überblick zu bekommen und das hast du geschafft du wirst du den nächsten eine erleuchtung eine erkenntnis kriegen mit der du so noch gar nicht wirklich gerechnet hast also das ist irgendwie so ich kann das ist wie so ein feuerball darauf der dann auf einmal auf dich zukommen wird und dich so hell und krass erleuchtet darfst du hier wirklich klar sehen und klar erkennen kannst über eine angelegenheit die hier noch komplett im verborgenen haust darum geht es ja so und mit dieser erleuchtung die du hier hast wirst du dadurch dass du hier auch diese erkenntnis hast diese lösung lösung wahrheit erklärung klärung was auch immer das jetzt für dich ist dass du mit dieser erleuchtung einfach dann hier auch wieder den berg runter gehen kannst und wenn es bergab geht ist es hier auf dieser karte der leichteste weg weil dann sind keine hürden mehr da keine stolper steine keine fallen oder sonstiges was dir hier irgendwie den weg versperren könnte um weiter zu kommen denn du hast ja hier schon diesen steinigen und schweren weg auf dich genommen um hier an die spitze des berges anzukommen und da sitzt du hast hier eine absolute erleuchtung bekommen das musste hier aber so steinig und so schwer sein weil sonst hättest du diese erleuchtung niemals bekommen können und diese erleuchtung die du hast wird dir von nutzen sein weil dadurch wird sich hier eine erleichterung einstellen und der weg nur dann wieder hier runter gehen wirst ist umso leichter befreiender einfach ja das ist hier so eine angelegenheit es wird ja einfach so gut tun das wird ja auch gut gehen wieder ja irgendetwas kann auch sein dass sich hier sehr bedrückt hat oder erdrückt hat so das gefühl von einer erdrückung so als würde man dir die hand auf den brustkorb auflegen und dir irgendwie die luft zum atmen nehmen so eine erdrückende energie ist das hier irgendwie ja und nun soll genau dieser druck rausgenommen werden durch eine erkenntnis eine erleuchtung die du bekommen wirst die dich voranbringt aber auch energetisch sehr sehr viel mit dir macht ja dass du hier einfach nur wieder einer wunderschön leichten energie reinkommen kannst ja auch diese freude lebensfreude urkraft dass du wieder am leben teilnehmen kannst weil es hier wirklich eine angelegenheit sein kann und die dich hier sehr tangiert hat so jetzt kommen wir zu meiner lieblingskarte das herz der simmel das ist meine absolute lieblingskarte und die karte sagt aus das herz der simmel das ist einmal die verbindung die energetische verbindung zwischen dem herzen eines das ist die karte die aussagt hier geht es um eine verbindung eine verbindung zwischen dem herzen eines menschen und der geistigen welt die karte spricht aber auch von kreativität ja es geht aber auch hier darum einen fußabdruck hinterlassen zu haben so einen fußabdruck hinterlassen zu haben du hast ein ganz bestimmtes merkmal an dir du hast eine ganz bestimmte energie an dir du hast etwas ganz besonderes an dir du bist etwas ganz besonderes dass hier ein fußabdruck hinterlassen hat und das ist wahrscheinlich nicht das was du weißt weil du ein ganz besonderer mensch bist hier ist eine angelegenheit weißt du was ich nämlich glaube das weißt du nämlich nicht diese erkenntnis wird bald zu dir kommen hier gibt es eine person du könntest auf diese person blicken diese person findet etwas ganz besonderes an dir bei dieser person hast du einen fußabdruck hinterlassen und das ist das was du nicht weißt und genau das was du hier nicht weißt soll jetzt zu dir kommen wie auch immer das aussehen mag das weiß ich nicht mit dem herz des himmels haben wir hier die obere göttliche welt ausliegend und das kann natürlich sein dass die dafür irgendwie sorgen werden wie auch immer die das orchestrieren dass diese information die hier irgendwie fehlen könnte zu dir gelangt wie auch immer das aussehen mag das ist egal ja aber hier soll etwas zu dir kommen was du einfach noch nicht weißt und die aussage dahinter ist einfach dass du hier bei jemandem einen fußabdruck hinterlassen hast und das weißt du nicht und dieser fußabdruck diesen stempel den du gesetzt hast begleitet diese person immer und immer wieder weil diese person dadurch immer und immer wieder an dich erinnert wird ich weiß nicht was du getan hast ich weiß nicht was du gemacht hast ich weiß auch nicht was du erzielt haben könntest aber das hat hier einen druck geschendet das hat bei deiner person oder bei einer person etwas hinterlassen aber das ist hier etwas positives und diese person schweigt aber darüber und diese erleuchtung diese erleuchtung die soll zu dir kommen damit wirst du dementsprechend arbeiten für viele ist es hier wirklich echt wie so ein befreiungsschlag für die meisten ist es wirklich ein befreiungsschlag okay gut lasse ich jetzt mal so stehen eine schöne botschaft sehr sehr schöne botschaft was haben wir denn hier okay Okay. So. So. Deckt sich auch ganz gut, weil wir haben hier auch wieder den Berg für eine Blockade. Aber ich habe ja gesagt, diese Blockade wird ja aufgelöst. Die wird ja aufgehoben werden, weil hier etwas zu dir kommen wird, womit du arbeiten kannst. Hier ist jetzt ein Mann angezeigt. Das kann jetzt natürlich auch eine Frau sein. Das ist hier ja alles geschlechterunabhängig. Männer, ihr munzt das bitte einmal auf euch selber um. So. Wir haben hier wieder den Sarg. Hier ist wieder etwas im Verborgenen. Etwas, über das man schweigt. Etwas, das hier nicht besprochen wurde. Etwas, das man nicht gesagt hat. Etwas, eine Angelegenheit, die man hier irgendwie für beendet erklärt hat. Ja. Diese Angelegenheit ist hier aber nicht beendet. Das ist das, was ich dir gerade gesagt habe, weil jemand hier aufgrund dessen, dass du hier einen Stempel, einen Fußabdruck hinterlassen hast, immer und immer wieder und permanent an dich erinnert wird. Und diese Beendigung, die hier ausliegend ist, vielleicht in eurer Verbindung, durch eine Sachlage, Freundschaft, ein Familienverhältnis, was auch immer das hier jetzt sein mag. Ja. Das ist jetzt vollkommen unterschiedlich. Hier kommt die Entscheidung rein, dass man dich sehen möchte. Ja, man will dich sehen, man will dich treffen. Man möchte dir hier irgendwie ein Geschenk überreichen, ein schönes Geschenk, das Geschenk, das Herz, das Himmel. Das ist einfach nur, dass man dir hier sagen möchte, hey, du hast bei mir hier einen Fußabdruck hinterlassen. Das ist das, was ich dir sagen möchte. Und das, was dieser Mensch dir hier sagen will, ist einfach nur die Wahrheit. Ja, hier geht irgendwas Ernsthaftes manchmal, eine Wahrhaftigkeit. Etwas, das hier wirklich nicht vom Ego gesteuert ist. Etwas, das hier wirklich von der Seele kommt, vom Herzen kommt. Weißt du, wie ich das meine? Kannst du es nachvollziehen. Also das ist hier eine sehr, sehr ernstzunehmende Energie, wie ich finde. Und so kommt mir das ja auch wirklich rüber. Jemand, der hier wirklich ernste Absichten in deine Richtung hat und hier eine Entscheidung treffen will, dich zu sehen. Oder zumindest erst einmal den Kontakt zu dir aufzunehmen, ja, um dir hier zu sagen, hey, ja, hier konnte man dich einfach nicht vergessen. All die Zeit konnte man dich hier nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit hier bei euch schon ins Land vergangen ist. Also ich glaube, das ist hier jetzt so für diejenigen, die hier wirklich keinen Kontakt haben. Diejenigen, die Kontakt haben, ich glaube, die sind jetzt eher so ein bisschen hinten anstehend. Es geht jetzt hier um diejenigen, die sich hier eine lange Zeit nicht mehr gesehen haben. Keinen Kontakt, eine Distanz zueinander haben, was auch immer, ja. Und mit der Zeit ist hier jemandem klar geworden, hey, du bist die ganze Zeit da, du bist die ganze Zeit nicht weg. Und diese Erleuchtung ist hier jetzt reingekommen, dass du nicht weg warst und dass man dich auch nicht vergessen konnte. Du bist nicht vergessen. Das soll ich dir hier sagen. Du bist nicht vergessen. Jemand denkt die ganze Zeit permanent an dich und das ist jetzt hier vollkommen egal. Ja, dann kann man sich ja melden. Darum geht es jetzt nicht. Es geht hier einfach nur um die Aussage der geistigen Welt laut dieses Kartenblattes hier, ja. Ja, jemand hat Gefühle in deine Richtung blockiert, ne. Gefühle, die in deine Richtung blockiert worden sind, Gefühle, die man hier aber auch ins Unterbewusstsein abgeschoben hat. Die sind aufgebrochen. Die sind hochgekommen. Dadurch hat hier ein gewisser Mensch eine Erleuchtung bekommen. Diese Erleuchtung darüber, hey, du warst die ganze Zeit ja gar nicht weg. Man hat sich hier irgendwie selbst irgendwas vorgemacht und das ist ihm bewusst geworden. Das ist ihm wirklich bewusst geworden. Und dass es ihm bewusst geworden ist, das war nur, das war hier alles auf Zeit gesetzt. Das heißt, es hatte sowieso ein Ablaufdatum gehabt. Irgendwann, irgendwann musste das einmal hochkommen, musste die Blockade aufbrechen damit, dass ihm hier bewusst wird. Na, was du hier eigentlich wirklich für eine wirklich starke Präsenz bei jemandem ausstrahlst. Auch über diese ganze Zeit hinweg, ja. Über die Distanz hinaus, das ist vollkommen egal. Du bist nie weg gewesen. Du bist nie weggegangen. Das ist dir jemandem jetzt bewusst geworden. Was du jetzt mit dieser Aussage hier machst, ist dir selbst überlassen. Na. Auf jeden Fall soll hier ein Neuanfang rein. Ein Neuanfang, etwas Neues darf gestartet werden, etwas Neues soll gestartet werden, ja. Und das wird dich hier irgendwie bereichern, das wird dich auch überraschen, weil du damit hier irgendwie auch gar nicht mehr gerechnet hast. Damit hast du nicht mehr gerechnet. Und demnach wird es dir wie eine Überraschung, wie ein Geschenk für dich sein. Das Herz des Himmels, das ist doch ein Geschenk des Himmels, das ja auf dich zukommen wird, ne. Und das ist eine Entscheidung in deine Richtung, die man getroffen hat oder treffen wird. Und die Gefühle, die hat man reflektiert, die hat man sich angeschaut und die hat man sich auch ins Bewusstsein geholt. Deswegen das Herz des Himmels. Jemand hört hier auf sein Herz, weil, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber war der Himmel, das so wollte, war der Himmel, das so gesagt hat. Oder der Himmel hat dafür gesorgt, hat dafür gearbeitet oder mitgewirkt, dass das hier jetzt endlich mal möglich ist. Was vorher nicht möglich gewesen war. Und dadurch, dass es jetzt hier irgendwie, ja man könnte sagen, das ist irgendwie wie eine Art Wunder. Durch dieses Wunder, das hier geschieht, ist es diesen Menschen auch, wie gesagt, möglich, eine Entscheidung in deiner Richtung zu treffen. Das kommt jetzt zu einem Neuanfang. Kontaktaufnahme. Das kann auch so ein spontanes Treffen sein, dass ihr euch auf einmal irgendwo über den Weg laufen würdet, ja. Der Blumenstrauß, der Blumenstrauß und die Wege. Also die Entscheidungen hier. In Kombination, in meiner Erlegung, deute ich das so, die Wege werden sich kreuzen. Man wird sich irgendwo zufällig treffen. Irgendwo, wo es viel unterwegs ist. Aber wo viel unterwegs ist, oh Gott, ey. Wo viele Menschen unterwegs sind. Menschenmassen, Ansammlungen, ja das könnte hier auch irgendwie ein Konzert sein, ein Festival, irgendeine Outdoor-Aktivität könnte hier wirklich wichtig sein, ja. Die Wege werden sich kreuzen. Sehr überraschend und spontan. Muss jetzt nicht sein für die meisten oder für die anderen ist es halt einfach nur die plötzliche Kontaktaufnahme. Auch vielleicht hier sogar über Umwege. Das kann auch gut durchaus, gut durchaus möglich sein. Oder irgendjemand ist hier komplett nervös. Das überträgt sich gerade auf mich. Hör mal bitte auf damit. Besser. Dankeschön. Naja, jedenfalls kommt hier, unverhofft kommt oft, hier ein neuer Zyklus rein. Ein Neubeginn, ein Neuanfang. Dankeschön, das kann hier auch wirklich mit einer Person sein, zu der du hier wirklich schon sehr, sehr lange Zeit keinen Kontakt mehr hast. Irgendwie so eine alte Liebe aus der Vergangenheit. Aber das muss hier ein Mensch sein, zu dem du irgendwie dennoch irgendwas Positives verbindest. Ja, also jetzt nichts Negatives, also nichts Großes Negatives in dem Sinne. Es ist auch vollkommen egal. Schau einfach mal, wie das hier für dich passend und stimmig ist. Und ja, dann das mit was für dich hier jetzt Präsenz zeigt. So, na dann hoffe ich mal die Legung. Achso, Stier, Krebs, Widder, Schütze, Skorpion und Jungfrau. Na dann hoffe ich mal, die Legung war dir hier dienlich und du konntest hier für dich selbst einen ganz, ganz wichtigen Impuls mitnehmen. Ich danke dir für dein Einschalten und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann!